Wohlheim diese Anus griechende Spinne also ein Pfeil habe ich eben noch von einem Sklett bekommen gibt einfach alle Pfeile mir das ist das beste was ich habe ich will zuerst nur noch 8 Prozent essen das ist verhandelt oder was nehmt gar ein Rottenfleisch wo bist du eigentlich Raoul ich bin in unserem Haus ich ich ja wo bischen eigentlich häh? 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 wow ok das bist du ich wollte dich nur erschrecken ich nur erschrecken ey Junge hörts auf ähm haben wir schon Lava einmal? einen oh den nehmen wir sofort mit ich hab auch noch 10 Tee so ich brauche Essen ernsthaft ich hab nichts mehr oh mein Gott ich hätt die Werte und blei guck mal da ein Hähnchen Schenkel für dich danke wow ey guck mal und hier noch in der Hälfte von Rotten Flash guck mal sich ihn da hat ab hör auf wo hast du die her? er hätt 난 selber gecraftet voll idiot hier ist auch noch was und da ist noch was und da 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 ... wartet gleich ein TNT will ich hier verschwenden wie viel haben wir? 2 hör doch auf bitte wir können das gut gebrauchen ok dann nehmen wir es mit ja weißt du? es wird gerade Tag ich würde sagen wir sollten jetzt angreifen voll gechillt Digga also wir haben jetzt 55 Eisen will noch irgendjemand was aus Eisen ein zweites Schwert, eine Spitzhacke ein Block warum wir können uns nen Golem machen aber gut der bringt uns nix doch wenn die ihn schlagen doch doch ja warum sollten die ihn schlagen? wenn die Angst bekommen ey die kennen alle den Golem genauso gut wie wir mhm aber wieder ist das immer als wir denken na ich hab jetzt 55 Eisen halt dabei egal da hinten ist jemand da hinten ist jemand 3 Leute alle 3 die sehen unsere Fackeln ja Fernkämpfer auf deine Position die sind alle 3 links ne ihr seht sie ja ich seh ihn aber ich werd ihn sicher nicht treffen wenn ich jetzt so die schlagen sich gegen die sind sie dumm ohja dann los Angriff jetzt sind sie noch schwach jetzt sind sie noch schwach ja aber renn nicht vor renn nicht vor wir haben kein einziges Diamantschwert also ernsthaft? kein einziges der hat eins der hat doch eins der Max zum Beispiel Vorsicht geh weg geh weg vom TNT boah du vollidiot ich hab mir niemanden geschlagen also mich hat niemanden geschlagen also ein Eisen seh ich einen Diamant seh ich und Max seh ich nicht zwei Diamant und ein Eisen wartet der kommt vorbei lass uns zu dritt auf einen gehen komm auf dem mit dem Eisenschwert ok einkreisen das heißt ich hab nur noch 3 Pfeile verschwenden sie doch nicht wo seid ihr denn ja Leute geht doch 10 Kilometer weg oder was ich kann nicht mal unterscheiden wer wer ist ok also wir angreifen los 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 wer ist weg ich bin der wir sind weil die grad hinlaufen ja klar Vorsicht oh oh man du bist mir im Weg jawoll hat geklappt warte ich krieg ihn noch ich krieg ihn noch ja ich bin auch in der Lava super also ich hab schon mal Zeit in Zeug willst du das? oh ich hab bin down ok ich hab im zweiten gesand wer ist wer bist du so? ich bin der grad auf der auf dich ähm lol ich bin tot oh shit wer lebt noch wer lebt noch und die beide zwei noch oder ich weiß nicht sind die zu zweit ja wir sind zweit gegen zwei oh Gott ich werd sowas dann ablosen ne also von denen ist einer von denen ist einer tot und ich bin tot warte mal ich brauche einen wir haben auch mal Lava ne Alex ist auch tot ja ist nur noch einer da ja nur noch zwei Pfeile scheiße wie ich der Wecky kommen so schnell der ist da hinten im Grund glaube ich der ist schon vorher losgespruntet er macht die mal invisible dass wir die nicht sehen da ist er ne das bist du ne das bist du ne nicht Game Mode die doch nun wenn sie uns schlagen werden sie gebannt oder äh werden sie nicht machen du läufst grad den Berg hoch oder Salon? ja ich will auf Nummer sicher gehen dass er nicht hier ist es wird sicherlich jetzt noch so ein richtig episches Kopf an Kopf lol das ist ja mal richtig haben wir mit der zweiten Glasschicht Scheiße das ist verwirrend ich bin hier oben hast du noch Essen? äh ja ich hab hier einen Hähnchenchenchenkel hier ich hab noch Pfeile für dich ach da seid ihr ja hier sind Pfeile für dich Pfeile? Gib her da unten ist noch eine Kuh oh den kriegen wir Tackle! oh könnte ja nur sein ich sag mal alles mit Opti-Pfeilen ab das wir auf jeden Fall benutzen dürfen oh ich seh Mops nicht so aus ne ja scheiße wo bist denn du gerade? ich bin hier runtergelaufen und hier sind ach so ok das bist du Pfeile ich glaub der ist da hinten kann es sein? Rosenpfeile hallo? ähm ich hab sie grad aufgesammelt sorry hier ne ich mein Tui wo? ja ähm wer hat dieses Diamantschwert gehabt? er kann nur mit Slash Spawn geflüchtet sein weil ne wieso? es ist ja gleich beim Spawn gewesen wo bist du eigentlich gestorben? äh da wo die Lava war und dann wurde ich geschlagen in der Lava? nein nein da wurde ich von irgendwem geschlagen ob ich in die ob meine Items jetzt in der Lava liegen oder daneben weiß ich nicht aber ich seh da neben dem nichts liegen hast du die Lava schon? ah ne irgendwie das Gefühl der ist hier die haben sich irgendwie hier irgendwie reingedickt komm mal mit oh gib ich gleich weit weg Raul ja du bist gleich weit weg in Sorgen hier unten liegen noch Items Diamantschwert gib's mir ich hab gar nichts hier unten liegt's hab ich hier grad niemand rumspringen sehen? ich glaub ich hab hier grad jemand rumspringen sehen ne es war nur das Ei hier sind auch Pfeile? ich habe ihm einen Stein weggenommen das tut mir leid bloß wie ist er da reingekommen? kannst du mir ein bisschen Müll wegnehmen? ich hab schon volles Inventar das ist doch WTF wie ist er in diesen Raum reingekommen? in welchen? ne ne als ob ich euch das jetzt sagen würde ne war mal ernsthaft wundert mich gerade muss er mir später mal erklären versteh ich nicht vielleicht gecheatet ja bezweifle ich ist der Raum überirdisch oder unterirdisch? ich sag euch da jetzt nix zu ihr seid eh 2 gegen einen also ihr solltet eigentlich die bessere Chance haben ja bis wir den hier finden kein 2 Monate dauern ich hab das Gefühl erst hinter so einer Doppelglaswand ich hab nur so das Gefühl ne geht gar nicht ne die sind ja von da hinten gekommen aber ich glaub die sind einfach mal hier rum gegangen warte mal nein ich glaub die sind wirklich von da hinten gekommen ich hab auch die Lava Eimer aber er ist allein wir sind zu zweit sag mal wisst ihr ob es so ein ob so ein Whisper Commando oder sowas gibt? müsste es eigentlich geben slash ms slash msg warte ich hast du es drin? nein hier ist nix ist das hast du das? b ja b muss man immer wehen wenn du bei mir das und ich k wenn du ähm 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 ding hast ähm hast du ähm Dings Feuerfeuerschein Was ist? Wenn du Feuerschein hättest, könnte ich die Pfeile nicht machen Nö, gibt's nicht Ich hab gerade 18 Pfeile Der eine hat noch Pfeile geläftet Der hat Pfeile liegen lassen Hä, wie ist denn der hier reingekommen? Das kann doch gar nicht sein Guckst, ob's den Eingang gibt Ey, das ist jetzt unterirdisch, glaub ich Also es gibt hier keinen offensichtlichen Ein- oder Ausgang Doch, er könnte sich zugebaut haben, da sein Bett hingestellt haben Aber wie gesagt, ich sag euch nicht, wo das ist Ich weiß es ja selber nicht Aber selbst wenn ich's wüsste, würde ich's euch nicht sagen Alter, cool Da oben sieht's nach Information aus, wo er sein könnte Will er mich verarschen? Wir werden ihn wahrscheinlich nie finden Will er mich Ich häng ihn in seinem Baum Super Dann komm ich da nicht mehr raus Soll ich spawnen? Ich teleportier mich zu euch Moment, ähm, zu Da hinten ist ein Atom Warte, in den Baum? Du hast mich grad'n... Nein Aha! Ich hab' ihr, glaub' ich, ihre Basis gefunden Kann das sein? Ne, das ist unsere Basis Kann das sein, da waren wir doch vorhin auch schon Äh, Max ist doch... Max ist doch... Max ist doch... Disconnected Ja, aber ihr dürft weiterfahren in der Zeit Warum ist er disconnected? Warum ist er disconnected? Er hat geschrieben 5 Minuten Ich glaub' er ist irgendwo bei so'ner... Ich bin, ich bin, ich bin... Guck, guck, hier, hier Hallo! Hinter dir Hinten, hinten Hier auf dem Berg Da... Achso, ja Dieser kleine Spaß da hinten auf dem Berg Der mich... Der die ganze Zeit hässlich rumspringt Gut, ich komm' mal zu ihm Aber davor hol' ich mir hier mal ein bisschen Lol Der Leck Hä? Ich frag' gerade, wer hier hinbekommen sein will Naja, das muss ich immer fragen, keine Ahnung Ich bin angerast, wenn ich jetzt da bin, wo er eigentlich ist Und ich da... Einjoint und dann spawnt Ah, ich hab' glaub' ihr mit gutes... Teil gefunden Gutes gutes Versteck Aber das ist nicht das, was ich brauche So'ne Camper-Posi, oder? Ja, so'ne richtig geile Camper-Posi Ich weiß gar nicht, wie ich runterkommen soll wieder Astrobieren Versuch's doch mal... Ja... Nein, versuch's doch mal... Ich will jetzt mal kurz gucken hier auf der Minimap Ist gleich, aber... Mein PC läuft grad übel steiß Nimmst du eigentlich immer noch auf? Ich? Ja, ja Gut, gut Sehr spannend, gerade Ich hab' Angst, dass ich mich verletze Ich will mich nicht verletzen So, was'n' das hier? Ah, scheiße Komme ich überhaupt noch auf das Server? In einem Schiff von dem Jungs... Da... Aber du sneakst dann nicht mehr Ich versuch grad rauszufinden Wenn ich mich hier in Waypoint setze Moment... Ähm... Du sneakst halt nicht mehr, ne? Du sneakst halt nicht mehr, ne? Bäh... Bäh... Genau... Add... Ja, ja... Passt schon Back... Exit Menu Und jetzt... Slash Back... Du sneakst jetzt nicht mehr, das weißt du? Ja, ja... Okay... Was auch immer er hier so vorhatte War nix, wo er nur sein könnte Annik muss jetzt wieder anmachen Voll die Campe, der wartet Nee, er ist draußen Voll die Campe, der wartet bis wir Nein, nein, nein... Nein, nein... Aber... Hast du mich grad nicht... Okay... Ich hab Pause... Wie auch immer... Wups... Jetzt ruckelt's ein bisschen... Aber übelst... Bei mir ruckelt's gar nicht...